Ein Mikro, ein Song und heute stehen die Schlagzeugaufnahmen an. Und wie ich es geschafft habe, mit einem Mikrofon aufzunehmen und aus diesem Sound diesen hier zu machen, erfährst du in der heutigen Folge. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die großen im Radio. Und falls du schon ein paar Videos hier auf dem Kanal gesehen haben solltest und diese jedes Mal deinen Tag ein kleines bisschen versüßt haben, dann zeig es mir doch, indem du einfach auf den Abo-Knopf draufdrückst. Du tust mir einen großen Gefallen damit und vor allem verpasst du dadurch natürlich kein einziges Video mehr, wenn hier was rauskommt. Entweder ein Live-Video oder ein neues Video. Es gibt ja regelmäßig neuen Stoff hier auf dem Recording-Blog. Wir befinden uns gerade mitten in der Challenge Ein-Mikro-Ein-Song-Challenge-Herausforderung, sagt man glaube ich neudeutsch. In der Herausforderung Ein-Mikro-Ein-Song. Das heißt, ich nehme einen alten Song, den ich in meinem Archiv gefunden habe, nochmal brandneu auf. Und das ist die zweite Challenge, quasi die Challenge in der Challenge. Die Herausforderung in der Herausforderung, in der ich einen alten Song nochmal brandneu aufnehme und das Ganze aber mit der Limitierung mache, dass ich nur ein einziges Mikrofon dafür nutze und mich dabei selber herausfordere und versuche, so viele Techniken wie möglich zu benutzen, um trotzdem dafür zu sorgen, dass dieser Song ordentlich klingt. Und heute stand die Schlagzeugaufnahme an. Ein Schlagzeug aufzunehmen ist ja sowieso schon mal eine Kunst für sich. Normalerweise hat man an jeder Trommel irgendwie ein Mikrofon. Bassdrum, Snare, Overhead mindestens eins, vielleicht sogar zwei. Vielleicht sogar an den Toms noch, die Snare von oben und unten. Und rucki-zucki ist man bei acht bis zehn Mikrofonen, die man dann natürlich hinterher auch alle sortieren muss. Einfacher aufzunehmen ist es natürlich mit einem Mikrofon. Das ist das Mikrofon, was wir heute hier im Einsatz haben aus der Scarlett 2i2 Studio, aus dem Scarlett 2i2 Studio Set, so heißt es genau. Das Set von Focusrite, in dem es nicht nur dieses Großmembran-Mikrofon gibt, sondern auch das Audio-Interface, was du hier auf der Seite sehen kannst, wenn es so gerade so im Anschnitt noch vom Bild zu sehen ist. Und auch Kopfhörer und Kabel dabei. Also im Prinzip ein richtig kleines Studio-Set, mit dem man arbeiten kann und mit dem man im Prinzip direkt durchstarten kann, wenn man eine passende DAW hat. Wir benutzen ja hier Studio One, um den Song aufzunehmen. Wie gesagt, mit diesem Mikrofon, mit diesem einen einzelnen Mikrofon, habe ich jetzt ein Schlagzeug aufgenommen und zwar ein echtes. Natürlich hätte ich auch mit Loops arbeiten können oder mit künstlichen Schlagzeug-Plug-Ins und so weiter. Aber ich fand es ganz angebracht, dass ich für den Song tatsächlich ein echtes Schlagzeug aufnehme. Außerdem ist dann die Herausforderung ja auch ein kleines bisschen größer. Wenn man schon ein Mikro, ein Song macht, dann sollte man ja auch möglichst viel mit diesem einen Mikrofon aufnehmen. Also mit einem Mikrofon im Set und wir schauen mal kurz rein, wie diese Aufnahme ausgesehen hat. Ich habe trotzdem dieses Problem, meine Zähne auseinanderzukriegen. Egal ob ich rappe oder singe, habe ich trotzdem dieses Problem, meine Zähne auseinanderzukriegen. Ich habe trotzdem dieses Problem, seine Zähne auseinanderzukriegen. Und wie du schon gesehen hast und wie du hier auch nochmal sehen kannst, das Mikro stand direkt mitten im Drumset. Ich habe ein kleines bisschen herumgetüftelt, damit ich heute die richtige Position gefunden habe, in der ich zumindest die Snare mit einem ordentlichen Sound aufnehmen konnte, aber in der ich gleichzeitig auch das Schlagzeug insgesamt mitnehmen konnte. Und wenn du mein Video über die Wurst schon mal gesehen hast, über das Wurst-Mikrofon, dann wirst du wissen, dass man da an der Stelle, wo das Mikro stand, wirklich eine ganz ordentliche Aufnahme vom kompletten Schlagzeug machen kann. Falls du keine Ahnung hast, was mit der Wurst gemeint ist, dann empfehle ich dir mal, dieses Video hier oben da mal reinzuschauen, wie die Wurst genau platziert wird im Schlagzeug und welchen Effekt sie haben kann. Spannendes Ding. Und vor allem erkläre ich da, glaube ich, auch, wo der Name Wurst herkommt. So viel nur am Rande. Also, wir haben das Schlagzeug aufgenommen und ich habe ein bisschen rumgetüftelt, dann letztendlich diese Position gefunden und das Mikro da positioniert. Dann habe ich ein paar Durchläufe aufgenommen und das Ganze dann in Studio One reingepackt. Und ich habe dir gerade im Intro ja schon gesagt, dass ich es von dem rohen Sound durchaus schon direkt einen großen Schritt weiter geschafft habe, das Schlagzeug nach echtem, großem Schlagzeug klingen zu lassen und wie ich das genau gemacht habe. Das schauen wir uns gleich mal in der Session an. Ich darf aber schon mal so viel verraten, dass ich da auf jeden Fall mit Unterstützung von Studio One und dem Gate von Studio One ein paar Samples eingesetzt habe, die bei Studio One mitgeliefert werden. Denn die dritte Einschränkung bei dieser Session ist dann, bei dieser Herausforderung ist ja dann, nicht nur, dass ich den alten Song neu aufnehme und dass ich nur das eine Mikrofon benutze, sondern dass ich auch nur Studio One und nur die eingebauten Plugins und dementsprechend auch die mitgelieferten Sounds nur nutze. Also Herausforderung über Herausforderung über Herausforderung. Ich binde mir die eine Kugel ans Bein. Falls du mitmachen möchtest bei diesen Herausforderungen, dann bist du natürlich herzlich eingeladen und musst dich ja natürlich nicht mit einem Mikrofon beschränken. Aber du kannst ja mal graben und wühlen in deinem Archiv, kannst mal einen alten Song, den du für würdig befindest, nochmal neu aufzunehmen, rauskramen und nochmal neu aufnehmen. Und dann schick mir doch deine neue Aufnahme einfach mal an jonas.recording-blog.com. Ich habe schon einige Einsendungen bekommen und bin wirklich begeistert, welchen Schritt diese alten Songs nochmal nach vorne gemacht haben, indem man einfach ein paar Jahre ins Land gehen lässt, dann viel Erfahrung sammelt, nochmal im Songwriting ein bisschen arbeitet und die Aufnahmetechniken sich verbessert haben und wie die Songs dann heute klingen mit moderner Technik. Da ist schon wirklich einiges passiert und es lohnt sich tatsächlich, falls du mal mit dem Gedanken spielen solltest, tatsächlich da mal mitzumachen und mir dann deinen Song zu schicken. Am besten die alte und die neue Version als MP3, 320-Kilobit, einfach an jonas.recording-blog.com und ich bin sehr gespannt, was da alles eingeht. Jeder, der unter diesem Video kommentiert, aber vor allem jeder, der mir auch einen Song zuschickt, der nimmt natürlich am Gewinnspiel teil und dieses Scarlett 2i2 Studio Set kann man dann auch gewinnen als Hauptgewinn. Die Verlosungen vom Hauptgewinn gibt es dann Mitte Februar im Livestream. Falls du also noch diesen Livestream nicht verpassen möchtest und noch kein Abo abgeschlossen haben solltest oder ein Abo abgeschlossen haben solltest, aber nicht die Glocke gedrückt hast, dann ist es jetzt der beste Zeitpunkt, das noch eben nachzuholen, denn dann kriegst du auf jeden Fall eine Benachrichtigung, wann das nächste Video kommt und vor allem auch, wann der Livestream dann tatsächlich ausgestrahlt wird. Also lohnt sich auf jeden Fall, da dem Recording-Blog an der Stelle volle Pulle zu folgen und am besten drückst du dann auf alle Benachrichtigungen, dann kriegst du auch wirklich jede Info und verpasst gar nichts mehr hier im Recording-Blog. So, soviel zur Werbung. Wir gehen jetzt mal rüber in die Session und gucken mal, was ich tatsächlich gemacht habe mit der Aufnahme. Noch kurz am Rande, falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte und den Tag versüßt, dann drück doch einfach auf Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen sollte, dann drück schnell auf zweimal Daumen unten und hier auf das nächste Video. Aber wir gehen jetzt rüber in die Session und gucken mal, was ich so veranstaltet habe. Also los geht's. So, da sind wir schon in der Session und wie du hier sehen kannst, jetzt reden wir nicht nur von einer Spur, sondern von dreien, obwohl der Ursprung von diesen drei Spuren derselbe ist, nämlich die eine Mikrofonaufnahme, die ich mit dem Schlagzeug gemacht habe. Ich schlage vor, dass wir erstmal kurz reinhören, was die Ursuppe ist, also was die ursprüngliche Aufnahme gewesen ist. Die klingt so. Man kann die Bassdrum ein bisschen hören, man kann die Snare relativ gut hören, die habe ich sogar einigermaßen ordentlich eingefangen. Man kann die Hi-Hat hören und das Becken hören, ist also im Prinzip alles drauf und wie ich es ja schon gesagt habe, in der Wurstposition kann man so ein Schlagzeug einigermaßen gut aufnehmen. Das ist die Grundaufnahme und als erstes habe ich die mal ein bisschen nachbearbeitet, denn da war so eine miese Resonanz bei der Snare drin, die ich rausgearbeitet habe. Zu dem Zweck habe ich mit einem Equalizer erstmal hier ein kleines bisschen hier zwei Frequenzen rausgezogen, habe dazu die Sweep-Methode benutzt und auch dazu habe ich natürlich schon mal ein Video gemacht, falls dir Sweepen gar nichts sagen sollte, aber du Interesse daran hast, wie du mal miese, störende Resonanzfrequenzen aus deinen Signalen rausziehen möchtest, dann kann ich dir das hier oben auch mal einblenden, dann kannst du da mal draufklicken. Natürlich erst, wenn das Video vorbei ist. Also jetzt erst schön zu Ende gucken und dann nochmal die anderen Videos nachgucken. Aber das sind die beiden Frequenzen, die du hier sehen kannst, die ich rausgezogen habe und wenn wir mal gucken, was da passiert ist, das ist 176 Hertz geworden und einmal 268 Hertz und ich kann dir mal zeigen, was die Frequenzen machen, also was da tatsächlich passiert. Achte mal auf den Sound der Snare, wenn ich die jetzt hier überbetone, was das für miese Frequenzen sind an der Stelle. Das war die eine störende Frequenz, das ringt so nach, das hat so eine Resonanz irgendwie, die dafür sorgt, dass dieses Snare länger nachklingt, als sie eigentlich soll und das habe ich genau mit dieser Frequenz, die ich gefunden habe, dann quasi vermieden. Und die andere Frequenz ist auch nicht minder schön. Auch nicht wirklich schön. Also die beiden habe ich rausgezogen, um einfach das Signal ein kleines bisschen zu säubern und hatte dann dieses Ursprungssignal. Als nächstes musste ich dann erstmal was dagegen tun, dass ich nicht der weltbeste Schlagzeuger bin. Der weltbeste Schlagzeuger ist bestimmt, was weiß ich, Phil Collins zum Beispiel, ist ein guter Schlagzeuger oder war zumindest einer, es gibt eine ganze Menge. Ich bin das nicht, deswegen muss ich normalerweise mit Hilfe des Quantisierens ein kleines bisschen nachhelfen, dass ich ein bisschen mehr auf dem Metronom drauf spiele und dass es ein bisschen kompakter klingt und dass es wirklich einigermaßen ordentlich klingt. Ich bin nicht der Groovemaster, aber zumindest kann ich dafür sorgen, dass ich immer schön auf dem Beat drauf spiele und das geht mit Quantisieren sehr, sehr einfach. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir jetzt nicht, das findest du bestimmt, wenn du suchst auf meinem Kanal, falls es dich interessiert. Aber nur so viel, ich habe hier auf diese Audiodatei, auf die Aufnahme mit der rechten Maustaste draufgeklickt und konnte dann hier unten unter Audio auswählen und dann hier unter Audio Band quasi auswählen, Transienten erkennen und das Transienten erkennt nichts mehr oder weniger als die Anschlagpunkte von den wichtigen Trommelschlägen. Gerade bei solchen percussiven Instrumenten ist das ja ganz wichtig. Ich drücke da jetzt mal nicht drauf, weil da habe ich schon gemacht, ich muss das hier nur wieder einblenden, indem ich hier auf Bandmarker draufklicke bei dieser Einstellung. Wenn ich das anmache, dann siehst du, dass hier schon die ganzen Bandmarker zu sehen sind. Das sind also überall da, wo ein Transient ist, also wo ein starker Anschlagsound ist von dieser Trommel. Da hat dann Studio One quasi hier sehr zuversichtlich seine Transienten gesetzt und dann wird quasi beim Quantisieren, was dann der nächste Schritt ist, das Ganze dann quasi aufs Raster gezogen und dann wird der ganze Beat insgesamt ein bisschen stabiler gemacht, eiert nicht so rum und auch ein Drama wie ich klingt einigermaßen so, als wenn er ordentlich trommeln könnte. So jetzt genug Phishing vor Kompliments, also nur so viel. Ich habe mit Transienten erkennen und mit Quantisieren dafür gesorgt, dass der Beat schon mal stramm durchläuft und dass es da keine Varianzen gibt, denn der Song soll ja richtig schön Feuer haben und sauber durchlaufen und nicht klingen, als wenn da eine Eieruhr spielt. So viel dazu. Jetzt blende ich die Transienten mal wieder aus, damit die uns hier nicht optisch stören. So, damit haben wir also die ursprüngliche Aufnahme schon mal so einigermaßen von Resonanzen befreit und vor allem dafür gesorgt, dass sie stabil durchläuft. Als nächstes habe ich dann noch mit einem EEL, mit einem Kompressor nochmal dafür gesorgt, dass das Ganze ein bisschen komprimiert wird. Habe dafür den 1176 aus dem Fettchannel genommen, der hier bei Studio One mitgeliefert wird und der komprimiert ein kleines bisschen das ganze Ding. Das sieht dann so aus. Und er fängt nur die harten Snare-Schläge wieder ein, weil das war die lauteste Trommel hier am Set. Wenn die Einstellungen dich interessieren, kannst du ja mal kurz anhalten und dir hier das anschauen. Aber nur so viel, ich habe eine schnelle Release-Zeit genommen und eine relativ, für einen 1176 relativ langsame Attack-Zeit und dann aber mit 8 zu 1 sogar komprimiert, um die Snare ein kleines bisschen noch kompakter und knackiger zu gestalten. Aber das ist natürlich Geschmackssache, jeder macht das anders, nur so viel, dass ich dann hier 5 bis 6 dB maximal in der Spitze komprimiere. So viel. Mehr wollte ich gar nicht machen, das heißt, durch die Kompression habe ich dann natürlich auch geschafft, dass ich die Sounds zwischen den lauten Trommeln ein kleines bisschen nach vorne geholt habe, sprich die Hi-Hat und das Becken und das war dann damit quasi schon gemacht. Als nächstes muss ich natürlich dafür sorgen, dass ich die Mankos raus oder behebe, die dieser Sound natürlich von sich aus hat, dadurch, dass ich nicht einzelne Trommeln aufgenommen habe. Mit einem Mikrofon kann man nun mal nicht so viel dran arbeiten, das heißt, ich musste dafür sorgen, dass die Bassdrum und die Snare auch nochmal rausgearbeitet werden und da gibt es eine schöne Methode, einfach mit Samples zu arbeiten, denn was soll man sich rumquälen mit Equalizern und so weiter und so fort und dann am Ende des Tages doch mit einem mittelmäßigen Sound dabei rauskommen, wenn man doch mit Samples nachhelfen kann. Bei Studio One sind Samples mitgeliefert und falls du kein Triggerprogramm haben solltest, also ein Programm, das dann quasi hier die Audiodatei mehr oder weniger so interpretiert, dass man jetzt sagt, okay, jetzt eine Bassdrum abspielen oder jetzt eine Snare abspielen, dann kann ich dir verraten, wie ich das gemacht habe, denn in Studio One kann man sich mit dem Noisegate da behelfen. Das hat nämlich eine coole Funktion eingebaut, das Noisegate und ich zeige dir das mal hier am Beispiel der Bassdrum. Das hat nämlich die Funktion eingebaut, dass es hier auf der rechten Seite, immer wenn es das Gate aufmacht, wenn es also den Sound durchlässt, dass es dann quasi eine MIDI-Note abspielt und ich kann bestimmen, welche MIDI-Note das sein soll. Ich kann auch ansagen, mit welcher Anschlagstärke die abgespielt werden soll und ich muss das hier eigentlich nur aktivieren, den Trigger im Noisegate und schon sendet dieser Kanal, dieses Gate quasi auf einem MIDI-Kanal sein Signal, seine C1-Note, die jetzt hier eingestellt war und die muss im Prinzip dann nur noch von einem Sampler, von einem Drum-Sampler aufgenommen und interpretiert werden. Das ist dann in dem Fall der Impact und das Problem ist jetzt aber bei der ganzen Geschichte, dass wenn ich nur mit einem Mikrofon aufnehme, dass ich dann natürlich herausarbeiten muss, hm, was spielt denn jetzt gerade? Weil ich habe ja quasi alle Trommeln gleichzeitig im Signal, also muss ich ja irgendwie dafür sorgen, dass das Noisegate nur entweder auf die Bassdrum oder nur auf die Snare reagiert, also die beiden lautesten Signale quasi an dieser Stelle. Das Schöne an diesen beiden Signalen ist aber, dass die sich frequenztechnisch unterscheiden und ich kann dir mal zeigen, was ich gemacht habe bei der Bassdrum zum Beispiel. Ich ziehe mir den Fader hoch, den habe ich nämlich normalerweise runter. Ich habe hier mit einem Equalizer dafür gesorgt, dass wirklich nur die tiefsten Frequenzen durchgelassen werden. Du siehst hier, ich habe hier mit einem Highcut gearbeitet, der alles oberhalb von 61 Hertz abschneidet, weil da hat die Snare dann quasi keine Anteile mehr, zumindest nicht bei dieser Aufnahme, aber die Bassdrum durchaus. Und das heißt, ich habe das komplette Signal auf das hier runtergeschnitten. Kannst du schon quasi gar nicht mehr hören, ne? Ist es überhaupt noch zu hören? Es ist sehr leise, aber es ist vor allem auch sehr tief, deswegen ist es wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr zu hören. Aber das Tolle ist, dass das Signal halt trotzdem da ist, also alles unterhalb von 60 Hertz und darauf reagiert dann mein Noise Gate. Das heißt, ich habe das Noise Gate so eingestellt. Ich glaube, ich muss hier noch eben was zusätzlich aktivieren, damit der hier wirklich reagiert, sonst zeigt mir mein Noise Gate hier was nicht an. Also ich mache mal kurz aus. Ah ja, genau. So, ich nehme auf Solo. Manchmal ist Studio One ein kleines bisschen trickreich, was das angeht, das Anzeigen von Solo-Sachen und so weiter. Aber wie du jetzt hier sehen kannst, das Noise Gate reagiert jetzt quasi auf diese tiefen Frequenzen und öffnet immer und sendet dann quasi einen Impuls. Dadurch habe ich dafür gesorgt, dass dieses Gate eben nur dann öffnet, wenn die Bassdrum spielt und mit diesem Triggersignal konnte ich dann natürlich schön an den Impact gehen. Der Impact ist ja ein mitgelieferter Drum Sampler bei Studio One und der Impact, den habe ich dann so eingestellt, jetzt mache ich mal das Solo hier aus, damit wir hier nicht reingelegt werden, dass er hier diesen Sound abspielt. Das ist hier das Preset Tom Brechtlein Drums. Das hat mir ganz gut gefallen, passte ganz gut zu dem ursprünglichen Drumset und das Gate sorgt jetzt also dafür, dass immer diese C1 Note, diese Bassdrum abgespielt wird, wenn ich dann hier das alles aktiviert habe. Für die Snare bin ich ähnlich vorgegangen, musste dann natürlich da dann einen anderen Frequenzbereich rausarbeiten und da habe ich mich dann, kann ich dir auch mal zeigen, hier mit dem Equalizer dann auch wirklich hier bedient und könnte hier jetzt noch, glaube ich, den Low Cut noch ein bisschen schärfer gestalten, sodass wir hier dann in dem Bereich hier noch ein bisschen weniger vom Untenrum haben und da siehst du schon, dass auch hier genau dieser Frequenzbereich rausgearbeitet ist mit einem Low Cut und einem High Cut, wo eben nur die Snare spielt. Das klingt so, können wir das hören? Genau. Da hörst du es und du kannst es auch hier sehen, ungefähr bei 200 Hertz, da ist so eine Resonanz von der Snare und die triggert dann quasi hier mein Noise Gate, ich habe also ein weiteres Noise Gate angestellt und habe auch da dafür gesorgt, dass dieses immer nur angeht und jetzt kann ich den Sound wieder runterziehen, dass dieses immer nur abspielt, wenn dieses Snare spielt und das Tolle ist, dass der Zier dieses Gate eine andere Note abspielt, das D1 zum Beispiel und das an einen weiteren Impact schickt und der Impact ist dann entsprechend dieser hier und der spielt dann diesen Snare Sound ab. Und wenn ich die beiden dann zusammenfüge mit allem und dann hier auch meine ursprüngliche Aufnahme mitlaufen lasse, dann klingt das Ganze plötzlich nach Schlagzeug. Also nochmal von vorne. Solo. Ohne alles. Und jetzt die Samples dazu. Und zack, habe ich es geschafft mit diesen Triggerspuren, die ich mir erstellt habe aus der ursprünglichen Spur und mit den Noise Gates, dass ich dann damit quasi die Samples ansteuern konnte und das Schlagzeug zu einem echten Schlagzeug gemacht habe. Kleine Stolperfalle gibt es noch bei der ganzen Geschichte. Das Noise Gate reagiert ein kleines bisschen langsam. Das heißt, es ist immer so ein bisschen, es schickt seine Note immer so ein kleines bisschen später, als die Bassdrum spielt. Das heißt, es kann dafür sorgen, dass dein ursprüngliches Signal und die Snare oder die Bassdrum, die dann vom Sampler abgespielt wird, dass die ein bisschen zeitlich auseinander sind. Und da gibt es auch einen Trick. Du musst einfach nur die Spur, die du dann jeweils auf der Triggerspur hast, die Triggerspur, die ich hier zum Beispiel habe, die Bassdrum Triggerspur, nehmen. Und dann verzögerst du die ein kleines bisschen. Das kann man hier, wo stellt man das hier ein? Ich muss mal kurz gucken. Hier auf der linken Seite im Inspektor. Genau. Da kannst du nämlich die komplette Spur einfach ein kleines bisschen verzögern. Und da bei der Bassdrum siehst du, ich habe sie sogar um 20 Millisekunden, minus 20 Millisekunden steht hier, also um 20 Millisekunden nach vorne gezogen, um dafür zu sorgen, dass die Bassdrum tatsächlich so auf dem Punkt abgespielt wird, wo sie im ursprünglichen Signal auch ist. Das muss man ein bisschen tüfteln. Das hörst du meistens, wenn die beiden Signale so nach einem kleinen Flamm klingen. Also wenn sie beide zeitlich leicht unterschiedlich abgespielt werden, dann klingt das so oder so, wenn die Transienten zusammenkommen. Du musst halt dafür sorgen, dass es eben kein Bdüpp ist, sondern dass es eben beides auf einem Punkt ist. Dann muss man ein bisschen tüfteln, kriegt man aber relativ zügig heraus. Und dann kann man tatsächlich dafür sorgen, dass das ursprünglich mit einem Mikrofon aufgenommene Signal und die beiden Samples dann entsprechend zeitlich so sauber spielen, dass es tatsächlich nach echtem Schlagzeug klingt. Und ich finde, ungemischt kann man das durchaus gelten lassen. Nächste Woche beschäftigen wir uns dann mit dem Bass. Der wird dann mit dem Interface wahrscheinlich direkt aufgenommen und ein bisschen mit einem Amp-Plug-In nachbearbeitet. Wenn du dich dafür interessierst, dann kannst du da auf jeden Fall auch reinschalten. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschalten, denn es wird wahrscheinlich nicht nur bei einem Draht was bleiben, also bei einer echten Bassgitarre, sondern wir werden wahrscheinlich auch einen Synthesizer-Bass noch hinzufügen. Und ob ich dafür einen Rhodes nehme oder einen echten Synthi, der mitgeliefert ist, muss ich mir nochmal überlegen. Aber wenn du dich dafür interessierst, schalt nächste Woche wieder ein zur nächsten Folge von Ein Mikro, Ein Song. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Jassu! Jassu!